Äh... Ja, super. Ach, das sind Blöcke. Wofür kann ich hier Blöcke bitte gebrauchen? Hä? Ach, zum Runterschmeißen, okay. So, dann gehen wir mal herausfinden, wofür unser neu gefundener komischer Block-Stab-Dings... Ich weiß nicht, wie ich ihn nennen soll. Ach, das ist eine Fee. Da drin verstecken sich Fee. Nee, wie geil. Warum hab ich das vorher nicht gem... Oh, nee, nee, nee. Egal. Hauptsache ist... Ich weiß es jetzt. Und ich kann was draus machen. Wenn ich nicht... Ich geh jetzt einfach wieder nach unten. Ja, das mach ich. Ich geh nach unten und da in den einen dunklen Raum, wo ich eben war. Da war doch der Schalter, den ich gedrückt hab und ich wusste nicht, wofür. Oder ich geh jetzt wieder zurück, weil jetzt sind die blauen Nippel wieder unten. Hier ist ja auch ein Schalter, aber ich glaub, der war ja nur für die Kiste. Scheiße. Ups. Scheiße. Hehe. Ach, die halten nicht... Scheiße. Ja, die halten nicht ewig. Okay, der Schalter war nur für die Kiste da. Da unten ist noch ein... Da unten ist noch so ein kleiner blauer Knopf, der mich zum Schlüssel führen könnte, je nachdem. Ja, ich bin halt einfach am überlegen, was mich wohin führen könnte. Nee, da ist ja nur Dings drin. Scheiße. Ich hätte es wissen müssen. So einfach wird es mir hier nicht mehr gemacht. Nein, die Schonfrist ist jetzt vorbei. Allerdings wäre es mir persönlich lieber, wenn die Rosa-Hasen-Zeit vorbei wäre. Nein, ich mag Rosa immer noch nicht. Ich werde es auch nie mögen. Und Wunschpuder. Komm. Super, danke. Ich stehe schon drin. So, jetzt hier muss ich alle... Wurde mir ja schon gesagt, dass ich alle Fackeln anzünden muss. Dass ich dann den Weg auch tun würde. Und das tut es auch. Hey. Gut, dass ich mir mal... Gut, dass ich mir mal etwas gemerkt habe. Und da ist gleich die nächste Kiste. Der Kompass, der Kompass. La la la, der Kompass. Supi. Ah, so langsam finde ich es wirklich. Oh. Ja, jetzt habe ich Scheiße gebaut und bin. Und muss jetzt wieder einen schönen Umweg laufen. Es sei denn ich. Ach, da oben ist der Boss. Gut. Nee, ich renne zuerst runter. Ich weiß nicht. Ich finde, hier sieht es wirklich 1a danach aus. Als könnte ich hier wegbomben. Sieht wirklich danach aus. Aber anscheinend doch wirklich nicht. So, jetzt habe ich doch eigentlich gesagt, ich wollte nach unten, oder? Genau, in den falschen Raum. Einst habe ich sie gehasst, jetzt liebe ich sie. Komm, komm her. Komm. Och, lass dich doch fangen. Komm her. Lass dich fangen. Ich habe gesagt, du sollst dich fangen. Ach, dann eben nicht. Dann kannst du mich mal kreuzweisen. Nee, falscher Raum. Möp. Es tat sich der Weg zum Kompass auf. Viel Dumm, viel Lauf. Jetzt bin ich im Obergeschoss, ne? Moment, ich kann mich hier runterfallen lassen. Das heißt, ich muss mich in den anderen, in die anderen Löcher, könnte ich mich auch theoretisch runterfallen lassen. Kann ich sogar... Ja. Bringt nur nix. Außer, dass ich jetzt wieder runterlaufen darf. Oh, scheiße. Ich habe doch gesagt, hier werde ich viel Zeit verbringen. Ich habe es euch gesagt. Ja, ich muss halt so oft die Karte aufmachen, weil ich mich absolut nicht orientieren kann. Erst recht nicht hier. Okay. So, jetzt kriege ich dich aber gepudert. Sag ich doch. Haha. Ich habe die Fee gepudert. Kriege ich jetzt einen Atem? Scheiße, ich renne hier wirklich rum, wie... Wie ein klein Dovi. Ach. Ne. Und stell mich auch wirklich so dran. Oh, verdammte Scheiße. Ne. Ja. Danke. Ja, jetzt habe ich wenigstens eine Kiste wieder. Und da ist drin ein Schlüssel. Fee-Komper-Schlüssel. Theoretisch hätten wir alles wieder. Ne, dass ich hier auch so dumm rumgerannt... Och. Grumm-dumm rumgerannt bin. Unten im Kellergeschoss. Sind noch Räumen, denen ich nicht war. Vielleicht ist da der Weg zum Boss drin. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Ich finde noch was raus, oder? Hey, acht Bomben, gleich. Danke, kleine Schnecki. Habe ich überhaupt noch eine Fee dabei? Nein, ich habe nur eine. So, ich wollte doch pudern. Bruder. Bruder. Scheiße. Dann eben nicht gepudert. Dafür ist Mana verblasen. Super. Scheiße. Scheiß Dreck, verdammter. Jetzt bräuchte ich wieder. Jetzt bräuchte ich wieder. Vielleicht mal dieses Kletterhorn. Vielleicht haben die was dabei. Kann ja sein. Nein. So rum wollte ich es doch haben. Auch mal hier reinfallen. Ne, gut, da ist es normal. Da kann ich nur mal reinfallen. Ach, Geld. Davon habe ich genug. Autsch. Ist doch hier hoch. Ja, eine Fee habe ich noch. Ah. So. Waaah. Hilfe, 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 Hilfe. Wuhu. Die scheiß Platten. Autsch. Autsch. Ich frage mich, warum kackt die Schnecke Bomben? Waaah. Jedehung. Untertitelung des ZDF, 2020